Den Weg aus der Krise hat der HC Bozen am Samstag nicht gefunden. Im Gegenteil. In der Neuauflage des Vorjahresfinales musste der Rekordmeister eine der bittersten Niederlagen überhaupt in der bald 80-jährigen Geschichte hinnehmen. Dem HC Bustertal reichte eine durchschnittliche Leistung, um sich mit 6 zu 0 durchzusetzen. Die rund 2000 Zuschauer bekamen in der Eiswelle über weite Strecken Einbahn-Eishockey geboten. Für die Wölfe war es im 85. Auswärtsspiel gegen Bozen der 1.8. Erfolg und gleichzeitig der höchste. Ich glaube, wir haben schon verdient. Jetzt sagen wir 6 zu 0 vielleicht, das ist ein bisschen viel. Aber logisch, wenn du mal 6 zu 0 gewinnst, dann weiß ich, dass wir schon eine bessere Mannschaft heute waren. Aber von Bozen haben wir ein bisschen vermisst. Da sind wir ein bisschen aufgeben, da sind wir feiergekommen. So viel eindeutig, das weiß ich noch nie. So viel leichter gehabt. Sicher als erstes Drittel war ich ausgeglichen, aber noch als Läufer ist, nicht mehr mithalten, ihr könnt das warten. Beide Trainer konnten aus dem Vollen schöpfen. Bustertals Coach Paul Eddy setzte über die gesamten 60 Minuten vier Sturmlinien ein, während sein gegenüber Brian McCutcheon den vierten Block mit Peter Wunderer, Federico Gilmozzi und Stefano Piva nur sporadisch aufs Eis schickte. Bozen erwischte den besseren Start und fand in Überzahl auch die erste Chance vor. Nach einer herrlichen Aktion über Ryan Flynn und McGregor Scharp scheiterte Marc McCutcheon am glänzend aufgelegten Jean-Sebastien Aubin im Pusterer Tor. Auf der anderen Seite war es Pettia Nonne, der für den ersten Aufreger sorgte. Patrick Bonner leistete die mustergültige Vorarbeit unter Italo-Canadier biss sich mit einer Direktabnahme an Günter Hell die Zähne aus. Wenig später ließ Pustertals Neuzugang Ben Guitet seine ganze Klasse aufblitzen. Der NHL erprobte Kanadier vernaschte Nationalverteidiger Alexander Ecker, doch Hell war mit der Fanghand zur Stelle. Die größte Chance zur Führung fand danach Joe Jensen vor. Nach einem Schuss von Armin Helfer traf der US-Boy nur den Pfosten, weshalb es nach 20 Minuten noch 0 zu 0 stand. Die erste Chance im Mitteldrittel fand Pat Kavanagh vor, doch Hell blieb gegen den Kanadier Sieger. Auf der Gegenseite setzte sich die zweite Sturmlinie in Szene. Anton Bernhard brachte Marco Insam in Position, doch dieser konnte Aubin ebenso wie Marcus Gander im Nachschuss nicht bezwingen. Nach 27 Minuten und einer Sekunde konnten die rund 400 mitgereisten Pusterer Fans erstmals jubeln. Bonner luchste Mark McCutcheon die Scheibe ab, Joe Calden bediente Janone, der Hell mit einem präzisen Handgelenksschuss keine Chance liess. Für den 30-jährigen Goalgetter war es der zehnte Treffer in der laufenden Meisterschaft. Bei Hälfte des Spiels musste Joe Jensen nach diesem Foul gegen Günther Hell auf die Strafbank. Als der Busterer Stürmer wieder aufs Eis zurückkehrte, kam es erneut zum Duell mit dem Bozner Torhüter. Nach einem Schuss von McCutcheon schlitterte der Puck an der Bande entlang. Hell verließ seinen Kasten, doch Jensen war schneller und schob nach 32 Minuten und 19 Sekunden zum 0 zu 2 ins leere Tor ein. Leider, durch meinen Schnitt, sind wir ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen und danach, das Drittel, haben wir ein bisschen den Foden verloren. Wir waren eigentlich ein guter Ding. Das erste Drittel war relativ ausgeglichen und ich habe mir schon ziemlich etwas ausgerechnet. Nach diesem Missgeschick war der ehemalige Nationaltorhüter für einige Minuten völlig von der Rolle. Als Christian Maier aus abseitsverdächtiger Position ins Bozner Abwehrdrittel fuhr und aus extrem spitzen Winkel abzog, machte Hell nicht die beste Figur, wenngleich der Schuss genau im Kreuzeck einschlug. Nach 35 Minuten und 8 Sekunden ließ sich der Busterer Verteidiger von seinen Mitspielern für seinen zweiten Saisontreffer feiern. Eine Minute später stand es 4 zu 0 für die Wölfe. Nach einem Konter von Jensen konnte Hell zunächst Schlimmeres verhindern. Die Scheibe kam zu Max Oberauch, dessen alles andere als unwiderstehlicher Schuss Hell durch die Fanghand flutschte und ins Tor kullerte. Es war das dritte Tor innerhalb von vier Minuten, weshalb das Spiel vorzeitig entschieden war. Die größte Chance zum Ehrentreffer fand Enrico do Rigatti nach einem mustergültigen Pass von Stefan Zisser vor. Doch Pozens Stürmer mit der Nummer 19 vergab alleinstehend vor Aubain kläglich. Gleich nach dem letzten Seitenwechsel zündete Borna den Turbo, ließ Daniel Fabris stehen, doch Hell war auf dem Posten. Das fünfte Pusterer Tor war nur aufgeschoben. Helfer zog hinter der blauen Linie ab, Lukas Dauber stocherte nach und Gitte hatte keine Mühe, um den Buck über die Linie zu buxieren. Für den 34-jährigen Kanadier war es in seinem vierten Spiel für den HC Bustertal der erste Treffer. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzte Max Oberauch. Jensen legte für seinen Sturmpartner ab, der mit einer Direktabnahme mühelos zum 6 zu 0 einschoss. Nach 55 Minuten und 36 Sekunden und dem siebten Saisontreffer von Oberauch war der höchste Pusterer-Auswärtssieg gegen Bozen Gewissheit. Für den HCP war es dagegen die fünfte Niederlage in den letzten sechs Spielen. Ein Indiz dafür, dass es höchst an der Zeit wäre, auf dem Transfermarkt tätig zu werden und die längst versprochenen ausländischen Verstärkungen zu verpflichten. Ja, logisch, wir reden auch darüber, aber im Endeffekt muss es der Verein entscheiden. Das und das, was sie zahlen, sicher mit vier, fünf Verteidigern das ganze Jahr zu spielen, ist schon schwer. Wir spielen die Woche dreimal, nächste Woche dreimal. Es ist ein bisschen schwer, aber trotz allem, teilweise haben wir gegen Mailand verloren. Wir haben auch mit einem Ausländensturm gespielt. Wir hätten auch das Potenzial, die Echter schon besser zu spielen, als wir momentan spielen. Qualität, wenn jemand kommt, muss er einfach gut sein. Qualität als andere kennen wir auch. Ich hoffe schon, dass er, wenn jemand kommt, ein guter Spieler ist, der uns wirklich weiterhelfen kann.